Wir haben in unserer Klinik in Bad Winsheim ein hervorragendes Endoprothetikzentrum, das auch sehr viele Patientinnen und Patienten entsprechend gut versorgt. Ich bin sehr dankbar dafür, dass der Landkreis Neustadt-Andeisch-Bad Winsheim auch hierzu einen OP-Roboter angeschafft hat, weil ich der Meinung bin, dass wir hier natürlich auch unseren guten, ausgebildeten Personal eine weitere gute Hilfestellung geben können. Persönlich bin ich unserem Team in der Klinik in Bad Winsheim an der Spitze mit Herrn Chefarzt Dr. Bender sehr dankbar für diese hervorragende medizinische Arbeit, die hier zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten aus nah und fern geleistet wird.